Sie erinnern sich, dass das Lesen und die Themenfindung genauso zum Schreibprozess gehören wie das Verfassen des Textes selbst? Mit dem Überarbeiten des Textes ist es nicht anders. Gerade bei längeren Texten ist eine Überarbeitung absolut notwendig, und zwar in einer oder mehreren Schleifen. Aber nicht nur notwendig, sondern auch von Vorteil. Oft fallen Ihnen genau in dieser Phase Fehler in der Struktur, Denkfehler oder Löcher in der Argumentation auf, die Ihnen vielleicht sonst beim Schreiben des Textes nicht aufgefallen sind, von Rechtschreib- und Grammatikfehlern ganz zu schweigen. Und da zwei Paaraugen bekanntlich mehr sehen als eins, scheuen Sie nicht davor, sich Feedback zu holen. In dieser Lektion erzählen Ihnen Studierenden deshalb, wie es war, die Bachelorarbeit zu überarbeiten, abzuschließen und schließlich auch abzugeben. Und Lehrende verraten uns, worauf sie bei der Benotung besonders viel Wert legen und wann das Lesen von Bachelorarbeiten sogar Spaß macht. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen viel Spaß bei der Lektion, dem Schreiben und Fertigstellen der Bachelorarbeit und dass Sie bald sagen können, die Bachelorarbeit ist geschafft! Bis zum nächsten Mal!